Ja hallo, wir machen Seite 93, Seite 93 die 1. Das ist ein TV-Diagramm, geht los bei 0,0, 10 Sekunden und 4 Meter pro Sekunde, 25 Sekunden und 4 Meter pro Sekunde und 40 Sekunden und 0 Meter pro Sekunde. In der ersten Aufgabe soll man den Bewegungsvorgang mit Worten beschreiben, also irgendeine Person, ein Objekt beschleunigt gleichmäßig, die Geschwindigkeit wird mehr. Bei 10 Sekunden ist die maximale Geschwindigkeit erreicht von 4 Meter pro Sekunde, das ist so Fußgängergeschwindigkeit. Ich denke da geht einer spazieren, er ist wieder schneller, zwischen 10 und 25 Sekunden geht er mit konstanter Geschwindigkeit, er bremst dann, er wird langsamer. Bei 40 Sekunden stoppt er wieder. Losgehen, konstant laufen, stoppen, Ende. Das war die Aufgabe A. B. Gesucht ist hier der Weg, der insgesamt zurückgelegte Weg. Es ist gleich Fragezeichen und die einzelnen Punkte sind gegeben. Wir legen das in drei Abschnitte. Den Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3, 1, 2, 3. Römisch 1 ist eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit. Also Römisch 1, machen wir hier. Römisch 1, A ist konstant. Gesucht ist S. Folgende Formel habe ich. V² ist 2S. S gleich 1 halb AT². A ist V durch T. Ich benötige, um vorwärts zu kommen, immer das A. Also rechne ich die Beschleunigung aus. A ist Delta V durch Delta T. Jetzt mache ich sauber. 4 Meter pro Sekunde. Minus 0 Meter pro Sekunde. 10 Sekunden. Minus 0 Sekunden. Ist 0,4 Meter pro Sekunde Quadrat. Und damit leitet die Formel S ist ein halb AT². Das ist ausrechnen. S ist ein halb mal 0,4 Meter pro Sekunde Quadrat mal 10 Sekunden zum Quadrat. Und dann habe ich 20 Meter. Ergebnis unterstreichen. Gut, weiter geht's. Ah ja, doch. Es gibt noch eine zweite Lösung. Anderer Lösungsweg. Und zwar könnte ich wissen, dass die Fläche unter dem Graphen dem Weg entspricht. Also Fläche entspricht Weg. Und dann habe ich 10 Sekunden. 10 Sekunden mal 4 Meter pro Sekunde mal 1,5. Weil es ja ein Dreieck ist. Ein recht weniges Dreieck. Länge mal Breite mal 1,5. Und komme jetzt hier auch auf 20 Meter. Was auch gut so ist. Sonst hätten wir ein Problem. Jetzt Römisch 2. Römisch 2. Hier habe ich eine Bewegung mit V ist Konstant. Dann gibt es die Formel V ist S durch T. Das löse ich auf nach S. S gleich V mal T. Gleich 4 Meter pro Sekunde. Mal. Und der Vorgang dauert hier 15 Sekunden lang. Ja, so. 15 Sekunden und komme auf 60 Meter. Und das ist auch wieder die Fläche. Länge mal Breite fertig. Römisch 3 ist eigentlich das gleiche wie Römisch 1. Nur andere Zahlen. Römisch 3. Wieder A Konstant. A gleich Delta V durch Delta T. Delta V durch Delta T. Gleich 4 Meter pro Sekunde. Und dann geht es um 15 Sekunden. Sekunde ist 1 halb. Jetzt setze ich hier dieses A da einfach ein. Weil ich zu V Sekunde durch 10 Sekunden mal T. Quadrat. 5 Sekunden. Stimmt's? Schaut so aus. 15 Sekunden und Klammern zum Quadrat ist gleich. Und es müssten 30 Meter rauskommen. Und der Gesamtweg ist S. Gesamt ist 20 Meter. 20 Meter plus 60 Meter. Also der Fußgänger hat seine 110 Meter zurückgelegt. Wahrscheinlich schlendert er von einem Ort zum anderen. too mindestens 15 Sekunden ist. Tolst ust bei den Vicenl dose, Also der Fußgänger hat das statische Goommern.